Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Brechen der Moral von Kultivas anzunehmen bei Nathanos Best Rufa in Zuldazar an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf ich mich hier zu Schreckensadmiralin Segel-Office begeben. Und bei ihr die Sprechblase ist auch mit Quest gekennzeichnet. Setz die Segel auf zum Diracardesund. Das mache ich. Kurz auf Ladebildschirm. Da bin ich schon. So. Quest ist abzugeben bei Nathanos Best Rufa in Viva Gardesund an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. So. 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 So.